Herzlich willkommen bei Radio München. Was denken Sie eigentlich über Julian Assange? Ist das für Sie dieser Nestbeschmutzer und Staatsgefährder, der doch auch mit dubiosen Frauengeschichten in Zusammenhang gebracht wird? Oder ist es der Held Julian Assange, der 2006 mit der Gründung der Enthüllungsplattform Wikileaks, seiner Regierung, dem US-Militär, Big Tech und vielen anderen Machthabern, zu Recht gehörig vor den Karren gefahren ist? Oder ist Julian Assange für Sie der, für den alles außer einer Hinrichtung eine zu milde Strafe ist, wie Mike Huckabee, der ehemalige Gouverneur von Arkansas 2010 äußerte, und der jetzt in Großbritannien in einer 2-auf-drei-Meter-Zelle sitzt? Der Fall Assange ist ein Kristallisationspunkt für die Dekadenz der Demokratie, meint der Jurist und Autor Miloš Matuszek und zielt auf Julian Assanges Werk der Transparenz. Entweder hat der Bürger Entscheidungsmacht auf Basis transparenter Informationen, oder er ist Untertan. Hören Sie Matuszeks Text »Der Wertewesten schafft sich ab«, Sprecherin Sabrina Khalil. Letztens fuhr ich auf dem Motorrad zwischen Zug und Schwyz an einem Haus vorbei und hatte sofort ein Lächeln im Gesicht. Free Assange stand da auf einem Schild. Wie lange es wohl schon da steht? Wie lange es wohl noch stehen muss? Manche Texte lese ich heute wieder und denke mir, das kann doch nicht sein, dass sich in vier Jahren nichts geändert hat. Diese Kolumne erschien zuerst in der NZZ und wollte erstmals nicht so leicht durchgehen, beziehungsweise erschien nach etwas hin und her schließlich in einer redigierten Form. Hier bringe ich die Originalfassung. 1971 veröffentlichten die New York Times und Washington Post Geheimdokumente der US-Regierung über den Vietnamkrieg. Der brisante Inhalt, die Regierung rechnete nicht mit einem Sieg in Vietnam, war aber bereit, weiter amerikanische Bürger zu verheizen. Die Veröffentlichung der Pentagon Papers half, den Krieg zu beenden, auf die Journalisten regnete es Pulitzer-Preise und insgesamt war es ein Sieg der Wahrheit über die offizielle Propaganda. Derartige Sternstunden sind heute selten geworden. Gut, wir erfuhren, dass der US-Geheimdienst eigene Bürger und befreundete Staats- und Regierungschefs abhörte, von weißer Folter, Guantanamo und von zahlreichen Kriegsverbrechen, wie im Fall von US-Soldaten, die von Hubschraubern aus irakische Zivilisten und zwei Reuters-Journalisten abknallten, als wäre es Counter-Strike. Doch das meiste davon erfuhr man nicht zuerst aus Qualitätsmedien, sondern von Wikileaks. Und für all diese unzähligen Dokumente über Verbrechen der Mächtigen ohne einen Fall von Fake News droht Julian Assange jetzt in den USA eine Haftstrafe von 175 Jahren. Erstmals könnte ein Publizist dort wegen Spionage verurteilt werden. Im Kern geht es im Fall Assange um die Existenz der westlichen Demokratie. In der echten Demokratie ist jeder Bürger ein Fürst, auch und gerade der Dissident. Der Bürger hat als souverän die Entscheidungsmacht. Entscheidungen kann er jedoch nur auf Basis von wahren Informationen treffen. Werden ihm diese vorenthalten, verwandelt sich die Demokratie in eine Plutokratie und der Bürger in ein unter Kuratell stehendes Kind, einen Untertan mit Konsumrecht. Der Staat darf Feinde belügen, nicht aber den eigenen Bürger. Es sei denn, er betrachtet ihn als Feind. Durch das Prisma von Wikileaks offenbaren sich die USA als Schurkenstaat mit freiheitlicher Maske, in dem ein militärisch-industrieller Korporatismus zusammen mit Big Finance und Orwellschen Internet-Giganten gegen den Bürger regieren. Getragen von pseudofreiheitlichen Unterwerfungspublizisten, die Dissidenten wie Ai Weiwei hochleben lassen, während ihnen bei Assange die Tastatur klemmt. Klingt zu dick aufgetragen? Zitat Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert, meinte Snowden. Die USA sehen Wikileaks als feindlichen Geheimdienst. Was ist dann bitte die NSA, die gesetzeswidrig eigene Bürger bespitzelt? Je höher der Preis für die Wahrheitsfindung, desto kleiner die Freiheit. Dass sich Putin mit dem Asyl für Snowden nun selbst als ihr Beschützer aufschwingt, ist ein Dilemma, das freiheitliche Staaten wie die Schweiz jederzeit auflösen könnten, indem sie Whistleblowern Schutz gewährten. Dass Assange seit je mit Falschbeschuldigungen überhäuft wird, ist dabei Teil des Spiels, das ihn zum Aussätzigen machen soll. Publizisten wie Matthias Bröckers, Autor des Buches Freiheit für Julian Assange, erschienen im Westend Verlag, widerlegen diese Verleumdungen und auch der UN-Sonderbeauftragte für Folter Nils Melzer gab kürzlich bekannt, Propaganda erlegen zu sein. Er sieht in Assange ein Opfer psychologischer Folter, einen Präzedenzfall für staatliche Zusammenarbeit, um den Überbringer unangenehmer Wahrheiten zu erledigen. Der Fall Assange bringt die Krise der westlichen Wertegemeinschaft, also von uns, nicht nur ans Licht, sondern stellt die Frage, ob es diese Wertegemeinschaft überhaupt noch gibt. Wo bleibt der Aufschrei? Vermutlich meinte Dante uns, als er schrieb, Der Künstler und Exilchinese Ai Weiwei forderte Großbritannien und Europa auf, der Auslieferung des Wikileaks-Gründers nicht stattzugeben. Zitat Sie hörten den Text Mein Name ist Eva Schmidt. Genießen Sie Ihre Freiheit und beobachten Sie deren Ränder. Ciao. Servus.